Anna und Klaus haben viele Hobbys. Klaus mag Sport und Anna mag Kunst. Samstags spielt Klaus mit seinen Freunden am liebsten Fußball. Seine Freunde spielen manchmal auch Karten, aber Klaus mag nicht Karten spielen. Anna ist Musikerin. Sie spielt Geige und singt in einem Chor. Ihre Schwester ist zwar keine Musikerin, aber sie mag in ihrer Freizeit Klavier spielen. Klaus interessiert sich nicht sehr für Musik. Er tanzt gerne. Er mag klassische Tänze. Freitags mag Anna ins Kino gehen. Sie schaut sich dann am liebsten eine Komödie an. Am Abend liest Anna meistens ein spannendes Buch und am Wochenende geht sie mit ihrer Schwester gern spazieren. Bei schönem Wetter fotografieren die beiden die Natur.